Die Bedürfnisse innerhalb eines Menschen sind aufgrund eines gewissen Gefühls der Unvollständigkeit entstanden. Die Menschen gehen Beziehungen ein, um ein gewisses Gefühl der Vollständigkeit in sich selbst zu erfahren. Wenn man eine gute Beziehung zu jemandem hat, der einem nahe steht, fühlt man sich vollständig. Wenn man das nicht hat, fühlt man sich unvollständig. Warum ist das so? Denn dieses Leben, dieses Stück Leben, ist eine vollständige Einheit für sich selbst. Warum fühlt es sich unvollständig an? Und warum sucht es Erfüllung, indem es eine Partnerschaft mit einem anderen Stück Leben eingeht? Der Hauptgrund ist, dass wir dieses Leben nicht in seiner gesamten Dimension und Tiefe erforscht haben. Obwohl das die Basis ist, gibt es da einen komplexen Beziehungsprozess an sich. Es gibt Erwartungen und Erwartungen und Erwartungen und Erwartungen. Die Erwartungen, die die meisten Menschen erzeugen, sind derart, dass es keinen Menschen auf dem Planeten gibt, der diese Erwartungen jemals erfüllen könnte. Beim Eingehen einer Beziehung, im ersten Moment der Begegnung, können die Erwartungen dieselben sein. Aber mit jedem Schritt, den wir im Leben machen, können die Erwartungen anders werden. Da sich diese Erwartungen bei den Menschen ständig ändern, sind sie nicht übereinstimmend und können es auch nicht sein. Ein Mensch kann sein ganzes Leben lang dieselben Erwartungen haben. Die Erwartungen eines anderen Menschen können sich ändern, weil sich seine Wahrnehmung und Erfahrung des Lebens verändert. Jetzt werden Beziehungen zu großen Konflikten. In den eigenen vier Wänden finden mehr Konflikte statt, als irgendwo sonst auf dem Planeten. Das Einzige ist, dass keine Bomben explodieren, also hört man davon nichts. Vielleicht behandeln sie sich gegenseitig mit Schweigen. Das geschieht, weil sich die Erwartungen der Menschen ändern. Und sie ändern sich nicht im selben Tempo. Ganz grundsätzlich, warum haben wir eine Beziehung gesucht? Weil du selbst merkst, dass du ohne eine Beziehung, wenn du überhaupt keine Beziehung in deinem Leben hast, dann wirst du depressiv. Ganz grundsätzlich suchst du also eine Beziehung, weil du willst glücklich sein, du willst freudvoll sein. Mit anderen Worten, du versuchst, den anderen als Quelle deines Glücks zu benutzen. Wenn du von Natur aus glücklich bist, werden Beziehungen für dich zu einem Mittel, dein Glück auszudrücken, nicht um Glück zu suchen. Wenn du zur Glückssuche Beziehungen eingehst und versuchst, Glück aus jemandem herauszupressen, und diese Person versucht, aus dir Glück herauszupressen, dann wird das nach einiger Zeit eine schmerzhafte Beziehung sein. Anfangs mag das in Ordnung sein, weil etwas damit erfüllt wird. Aber wenn du selbst zur Freude geworden bist und du Beziehungen eingehst, weil du dein Glücksgefühl ausdrücken willst, wird sich niemand über dich beschweren, weil du dabei bist, deine Freude auszudrücken und nicht Freude durch andere Personen suchst. Wenn dein Leben also ein Ausdruck deiner Freude ist und nicht ein Streben nach Glück, dann werden deine Beziehungen von Natur aus wundervoll sein. Man kann eine Million Beziehungen haben und sie trotzdem gut fühlen. Jetzt entsteht dieser ganze Zirkus nicht, die Erwartungen eines anderen zu erfüllen. Denn wenn du ein Ausdruck von Freude bist, wollen sie ohnehin mit dir zusammen sein. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!